Jo Leute, ich bin's Alex Plays und willkommen zu einem neuen Video. Heute ein Live Commentary und ja, wir spielen mit der VMP. Griff, Magazinerweiterung, schnelles Magazin, RK5, Kugelsichere Wester, Flinke Hände und Taktik Master. Und ja, Spezialisten haben noch 7 Sekunden. Den da, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt für die Runde reicht. Ich weiß nicht, was passiert, aber okay. Und ja, Punkte Serien machen wir jetzt anderes. So, Schwebelandung, Blitzschlag, Halmstorm. Und ja, also ich würde in beiden... Du machst meine Kundschaft nervös. 20 Abos, so 20 Abos würde ich beim Pack Opening machen. Deswegen lass mal ein Like da, abonniert und teilt das Video. Das wäre halt gut. Nice. Und ja, wir suchen jetzt Team Weltmatch. Natürlich finden wir niemanden. Neu suchen. Und ja, ich hab keinen Bock auf die DLCs-Map. Die gefallen mir net so. Net mal Stand-Off-Remake gefällt mir einfach. BO2 ist einfach das beste Game und da sollten wir auch net die ganzen Maps remaken für BO3. Ja. Und ja. Sieben Sekunden. Ich bin mal gespannt, was passiert im Spiel. Auf sieben Sekunden wechselt es dann den Spezialisten, oder? Ich weiß es doch gar nicht. Ich bin mal gespannt, was passiert im Spiel, aber ich habe jetzt nur die Locust, P06 und Dragon. Die Waffe ist sowieso scheiße, also seid nur Locust und P06. Ich bin jetzt in Faction. Gute Sniper-Map. Werden bestimmt viele im Haus campen mit der Sniper, aber... Ja. Let's go. Oh. Vier von sechs Spielen da mit Sense. Okay. Das wird schwer, aber versuchen wir alles natürlich. Die V&P. Warte mal. Okay, ich glaube es ist jetzt leider. Und ja. Sind die, ich glaube einer da oben. Oh, ich habe so gewusst. Ich glaube, ich habe spawned mit. Auf die Range kann ich eh nichts machen, also nach oben. Warten. Ja. 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 Ich guck mal, was mit mir damit anfangen kann. Ja, den kann ich nicht bekommen auf Range. Ich bin zu spät aktiviert. Ah, kacke. Ja, wieso habe ich mir auf Schuhladung mitgenommen? Ja. Egal. Was war das? Ich habe mich nicht mal getroffen, aber... Ja, okay. Fein... Okay, feindlicher Cerberus. Er hat 9-0. Also, das ist ein Schuhladung bei der Auffassung. Ja, das ist ein Schuhladung. Das ist ein Schuhladung. Sie sind ein Schuhladung. Ich habe das mal geordnet. Ja, das passiert. Nur nee, es ist kein Schuhladung. Ich kann nur mit einem Schuhladung nicht tun. Aber klar, nicht die Schuhladung. Dann muss ich mal die Schuhladung verarbeiten. Machen wir es auch. Äh nein. Kacke. Schütz natürlich. Was ist die Pannete? Ich bin nicht die Scheiße. So geil auf den Außen rum. Solange es keine Reps gibt. Schon wieder. Kein Boxer drauf. Verbündete Vorräte nähern Sie. Okay. Wie sind sie? So würde ich eingebläckten. Aber was soll man machen? Oh mein Gott. Wie hat sie jetzt bekommen? So. Falsch war nicht. Ja. Ja. Ich hoffe wir gewinnen es noch. Ja natürlich. Und. Aber die Waffe sind doch cool. Weil ich finde die eigentlich auch ganz nice. Eigentlich bin ich zwar schlecht mit Burstwaffen aber... ... Sie sehen sie besser. Also für mich ist sie besser. Kampffilkos. Also wenn wir jetzt... ein Kill machen würden hätten wir direkt Schwebeladung. Also gleich aktivieren. Ah ne. Wir bekommen ja nur 200 Punkte. Warte. Jetzt haben wir Schwebeladung. Schwebeladung erwartet Aufgaben. Ich weiß jetzt nicht mehr pumpen oder nicht zornen. Schwebeladung eingesetzt. Schwebeladung einsetzen. Ich mach' bekommen gut. Ich mach' bekommen gut. Ja. Wenn wir das. Teamate ist absolut schlecht. Was sollen wir mal machen? Da hab ich doch immer... Wo ist der Spondierer? Ne, wir spondieren den... ...und wir aus. Jetzt wird hier mit der Schossene gechallenged. Oh mein Gott, ich hab grad noch gesehen. Nein, ich soll grad Schäbeladung aktivieren. Ne, jetzt mit der Schäbeladung nach vorne. Ah, Teamate. Scheiße. Ich hab grad die Schäbeladung in der Hand. Ich hab grad die Schäbeladung dabei, oder? Doch, die Schäbeladung dabei. Aber trotzdem war es zu langsam. Ich hab... Oh, ich dachte, ich hab noch nicht. Verbündete Drohne nähert sich. Soldatung. Versteuern aufgelöst. Weg. Stabbel. Vor. Nein, ich bin nicht. Oh. Das ist... Von jetzt. da aber er will sich auf Entfernung wir können eigentlich noch gewinnen ja gehenden Headglitch das fackt nur ab, aber kommen wir jetzt von da ja, hab mir schlachtrecht geguckt 8 und 2 egal, schlicht einfach auf äh scheiße ok, nicht meine beste Runde aber das müssen wir noch gewinnen wenn ich klimatisch etwas anstrengen würde das sind gezinkte Karten gut, was ist Psychose äh ist da äh fack nein äh 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 jaa komm, das passiert jetzt wir sind oder wir sind das das was ist das das ist nicht Bis zum nächsten Mal.